hallo meine freunde heute machen wir eine wanderung aber nicht mit schuh sondern barfüßig machen wir die barfüßige wanderung machen wir heute durch den schnee machen wir barfüßige wanderung barfüßig durch den schnee laufen wir und dann machen wir noch einen engel im schnee den machen machen wir auch noch machen wir auch noch und habe euch aus oder starten bestand barfüßig So, dann laufen wir mal runter. Oh, das ist echt heiß. Das ist echt heiß. Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst. Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst. Ich kenne dich immer. Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst. Durch den Schnee. Das tut gut. Das tut gut. Das tut gut. Das ist richtig Schnee. Das ist gut für den Kreislauf. Also Leute, jetzt geht es los. Jetzt machen wir den Engel. Jetzt machen wir den Engel. Oh, ist das aber frisch. Oh, ist das frisch. Ist das frisch? Ist das frisch? Ist das frisch? so ich hoffe dass man den schneemann erkennt das schneemann sage ich schon den engel von dem bengel gemacht jetzt setzen wir noch eine drauf jetzt tun wir wegen schnee waschen wunderbar das frau es von eurer matze bis nächstes mal ciao ciao